Halli, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zwei Besonderheiten. Erstens, was nicht besonders ist, ich habe jetzt ein Pflaster drum gemacht. Der Nagel ist endlich ab. Das hat echt weh getan, solange er noch dran war, weil ich gegen alles gestoßen bin. Endlich ist der ab. Es sieht zwar nicht so appetitlich aus, aber ich bin auf jeden Fall besser dran. Zweitens, ich habe jetzt endlich ein neues Stativ mit Ringlicht. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen besser erkennen. Ihr könnt mir gerne unten in die Infobox schreiben, unter der Infobox bei den Kommentaren, ob sich da irgendwas für euch verändert hat. Seht ihr das jetzt besser oder ist es gleich wie vorher? Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt ein Stativ mit Licht habe. Das hatte ich ja vorher nicht gehabt, da musste ich immer so eine Stehlampe nochmal anmachen. Heute, was euch erwartet in diesem Video ist, ich würde gerne meine ganzen Challenges, die ich habe, nämlich die Sparchallenges, würde ich gerne durchzählen und schauen, ob der Betrag, der da steht, stimmt. Und zwar haben wir hier einmal die 100 Envelope Challenge, die werde ich jetzt mit euch gleich durchgehen. Dann meine 5 Euro Challenge, das werde ich auf jeden Fall nochmal mit euch durchgehen. Und, huch, echt schwer. Das wird, glaube ich, hier ein Akt, das zu zählen. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen beschleunigen. Und wir schauen nochmal hier nach, ob Pfand und so weiter noch stimmt. Also holt euch einen Kaffee oder einen Tee, kuschelt euch am besten vielleicht unter der warmen Decke und wir starten jetzt direkt. Und zwar, denke ich mal, ist das, glaube ich, womit fange ich an? Wir fangen mal damit an vielleicht mit dem Kleingeld. Das ist nämlich so der größte Akt, würde ich mal sagen, weil, wie ihr seht, ist das ziemlich viel. Und, ich werde das wahrscheinlich so machen, also ich habe mir, ehrlich gesagt, noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe jetzt gesagt, ich starte das direkt, das Video. Ja, wie ihr seht. Und, ja, es ist ein bisschen viel Geld und mir fällt gerade so auf, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich hier noch Notizen mache. Ich glaube, das ist für mich einfacher. Dann nehme ich einfach so ein Blatt, was auf der Rückseite schon beschriftet ist und notiere immer nebenbei, wie viele ich schon habe, damit ich nicht so durcheinander komme. Und zwar, glaube ich, mache ich das in meinen 10er-Schritten, also 10-Euro-Schritten. Das ist für mich am einfachsten. Und, ich würde mal sagen, an dieser Stelle werde ich wahrscheinlich beschleunigen, damit das für euch nicht zu langweilig wird. Und ich habe mich hier gerade entschieden, hier sind schon 20, also für jeden 10er mache ich einen Strich. Ich glaube, das ist so am einfachsten. So. Ich glaube, das ist so am einfachsten. Meine Lieben, wie ihr seht, habe ich schon die 100 voll und schon versucht. Die Roten ein bisschen loszuwerden. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier, glaube ich, ein bisschen weniger Kleingeld drin haben sollte, weil ich mal meinem Mann ein bisschen Kleingeld geliehen habe. Und ich glaube, der hat vergessen, es mir wieder reinzutun. Dann müssen wir gleich mal schauen, was da steht in der Kleingeld-Channel. Wie viel da drin ist. Ich lasse mich jetzt erstmal überraschen und mache jetzt hier erstmal weiter. Könnt ihr in der Zwischenzeit, könnt ihr mir vielleicht unten antworten, Wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch Kleingeld? Und wenn ihr ja, nehmt ihr euch die Zeit, das mal durchzuzählen? Ich habe mich irgendwie die ganze Zeit davor gedrückt, weil ich eben keine Lust hatte, beziehungsweise ich wollte das eigentlich Ende des Jahres machen. Jetzt mal ist es aber Anfang des Jahres, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist immer mal schön zu wissen, ob die Summe, die man sich da notiert, aufschreibt, weil ansonsten notiert man ja jede Woche dann Aufbau und darauf Fehler. Also falsche Sachen, deswegen bringt es ja nichts. So, jetzt haben wir 1, 2, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, 7 Euro, 8 Euro, 10 Euro. Und ich würde mal sagen, ich mache das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, damit ihr hier nicht dabei einschlafen müsst. So, wenn ihr euch fragt, was ich hier trage. Ich trage hier noch so einen Bademantel drüber. Den fand ich gerade so schön flauschig, weil ich nehme heute im Schlafzimmer auf und es ist gerade ein bisschen kühl, weil ich das Fenster hier offen hatte. Und deswegen habe ich das ein bisschen hochgekrempelt, weil sonst stört es mich hier beim Zählen. Also dann haben wir noch 5, 6 Euro, 6 Euro und 5 Cent. Schmeißen wir alles rein. Wow, Leute, ich bin so froh, dass ich das hier durch habe. Ihr glaubt gar nicht, ich hatte gar keine Lust darauf. So, 6,05 Euro, das heißt, wir haben 50, 50, 100, 150, 150, 150, 150, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. 50, 100, 150, 160, ja, das müsste so stimmen. Jetzt schauen wir mal, ich weiß, dass ich hier mehr aufgeschrieben habe. Also, ich glaube, schau mal, oh, tatsächlich ist es sogar nicht, ich habe sogar hier mehr Geld drin. Ach nee, doch nicht. Jetzt habe ich mich selbst gewidt. Das stimmt schon, 166,05 Euro, ich hatte hier mal ein bisschen Geld rausgenommen. Das heißt, das wird hier jetzt auf jeden Fall noch korrigiert, damit ich nicht mit einem Fehler weitermache. Ich hatte nämlich Geld mal, wie gesagt, rausgenommen, weil mein Mann Kleingeld gebraucht hat. Und dann hat er vergessen, das Geld wieder reinzutun. Das mache ich am besten hier mit blau. So, wir haben, das heißt, ich starte dann mit 166,05 Euro ins neue Jahr, damit ich hier keine Fehler mache. Aber das wusste ich schon vorher. Jetzt kommen wir mal zu den ein bisschen entspannteren Sachen, die 365-Tage-Cent-Challenge. Da schauen wir mal, da müsste ich drin haben, da hoffen wir mal, das stimmt. 89,30 Euro. Da hatte ich ja schon einiges aussortiert. Also da sehe ich jetzt schon mal, ich habe keine 3 Cent, ich habe manchmal schon mal aufgerundet, mal schauen. 50, 70, 80, 90, 92 sogar. Das heißt, wir starten mit 92 Euro, wie kommt es? Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Ich hatte am Anfang, wenn das zum Beispiel 2,24 Euro, habe ich dann 2,30 Euro reingetan. Oder bei 77 Cent kam es auch mal vor, dass ich vielleicht auch mal einen Euro reingetan habe. Also ich sage immer, mir ist es lieber, wenn da mehr drin ist, weil dann kompensiert das vielleicht auch das mit der Kleingeld. Genau, das nehme ich hier mit rein. Das wird hier gleich noch alles weggemacht und ich starte neu mit einem leeren Stinking-Quant sozusagen. Und dadurch, dass die laminiert sind, habe ich euch schon öfters gesagt, dadurch, dass die laminiert sind, ist das super, weil dann muss ich das immer nur alles wegmachen und wieder von vorne starten, muss keinen neuen Tracker ausdrucken und den alten wegwerfen. Bei Pfand müsste drin sein, gucken wir mal, dass es stimmt, 169,48 Euro. Also die 160, also die 150, 160, 165, 167, 168, 169. Jetzt brauchen wir 48 Cent, mal schauen, 20, 30, 40, 50, 55, 58 sogar. Oder habe ich falsch gezählt? 2, 30, also 20, 30, 40, 50, nee sogar 5, 10 Cent mehr. Da habe ich mich wahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen verrechnet. Also bisher, eigentlich muss ich sagen, bisher hat kein einziger Betrag gestimmt. Bei der Kerngeld-Challenge wusste ich es ja, da habe ich ja gezählt rausgenommen. Aber umso erfreulicher ist es ja, dass bei den anderen Challenges, wo ich eigentlich nie was rausgenommen habe, dass da teilweise sogar mehr drin ist. Frage ist nur, warum? Das wüsste ich nämlich auch gerne. Mich interessiert es, wie gesagt, habt ihr auch gezählt? Wenn ja, habt ihr ein System, wie ihr zählt? Oh, 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 jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, die 5-Euro-Challenge. Laut meiner 5-Euro-Challenge müsste ich drin haben. Schauen wir mal. Fast 750 Euro. 20 Euro weniger, das heißt, wir müssten 730 drin haben. Oh, wow, da bin ich mal gespannt. Ich habe das noch nie nachgezählt. Das wird ein Spaß. Ich glaube, das mache ich auch in 100er-Schritten. 10, 20, 30, 40. Habe ich jetzt schon richtig? 10, 20, 30, 40. Mit dem Pflaster, das stört total. Da kann man nicht so gut zählen. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Meine ersten 100. Dann haben wir hier 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. 20, 30. 20, 30. 20, 30. 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Und wieder 100. Das sind 300. Hier aber nebenbei habe ich noch nie was rausgenommen. Also da müsste es stimmen. Ich hoffe auch, dass es stimmt. Und wenn, kann es ruhig mehr sein. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Da haben wir unsere 400 voll. Upsala. Und es geht weiter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So sieht es doch viel professioneller aus, wenn ich das so mache, oder? Hätte ich gleich mal vorne rein gemacht. Jetzt geht es weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind jetzt wie viel? 600. Wir brauchen 730. Schauen wir mal alles hier raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier fühlt sich das aber viel mehr an als nur 30. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 40. Habe ich hier was falsch? 750? Nein. Eigentlich. Warte mal. 10, 20, 30, 40. Nee, tatsächlich habe ich mal einmal vergessen, wohl zwei Fünfe auszumalen. Jetzt suche ich mal den roten Stift. Das ist doch mal erfreulich. Da macht es doch Spaß, Fehler zu machen. Warte mal, wo habe ich denn den roten Stift? Hier. Hier ist mein roter Stift. Das heißt, das muss korrigiert werden. Ah, jetzt habe ich es nicht so schön ausgemoldet wie sonst. Sehr schön. Bald, Leute, bald, bald, bald habe ich die 1000 geknackt. Schaut mal. Ich freue mich total darauf. So, jetzt schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich das Geld nicht komplett zu Hause lassen. Nee, ich glaube, also ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe sogar überlegt. Und dazu möchte ich wirklich nicht unbedingt eine Meinung hören, weil ich denke mal, das ist meine Sache, was ich mit dem Geld mache. Aber wir haben zur Zeit Bärenmarkt und ich überlege tatsächlich, das Geld zu investieren und ein bisschen mehr daraus zu machen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Mal schauen. Auf jeden Fall sollte nicht so viel Bargeld zu Hause sein. Was macht ihr? Investiert ihr Geld? Oder lasst ihr das Geld zu Hause? Oder lasst es auf der Bank? Oder habt ihr ein Sparkonto mit Zinsen? Das würde mich auch sehr interessieren. So, hier müssten wir 47 drin haben. Das ist die Domino Challenge. 10, 20, 30, 40, 45, 47. So, allererste Challenge, die gestimmt hat, würde ich mal sagen. Da ist auch kaum was drin, deswegen war das nicht so schwer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da verrechne, war sehr, sehr, sehr gering, würde ich mal sagen. Ich weiß, mit einem in Liebe Zuschauer gesagt, man muss hier eigentlich nur draufdrücken und es geht auf. Aber ich vergesse das immer. So, ich frage nicht, wie viel es sollte in der Bökel Challenge drin sein? 49. Ah, da habe ich 50 reingemacht. Da hatte ich aufgerundert einmal. Das passt so. Das heißt, halten wir fest, bisher war nur die Domino Challenge richtig. Ansonsten war überall mehr drin, außer bei der Kleingeld Challenge. Da wusste ich schon, dass es weniger sein wird. Upsala. Jetzt kommen wir zur 100 Envelope Challenge. Um das hier auszurechnen, wie viel da drin ist, muss ich erst mal ausrechnen, also wie viel da überhaupt drin ist. Wir haben 3 plus 4 plus 5 plus 10. Ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht. Dann haben wir die 12 gemacht. Die 15, die 16, die 19, die 20, 30. Die 13 habe ich auch anscheinend befüllt. 47, 49, 50 und dann 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60. Dann die 61, die 65, 70, die 74, die 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99 und die 100. Wir müssten jetzt drin haben, stolze 3166 Euro. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet gerade. Das überprüfen wir jetzt natürlich. Und ich glaube, am einfachsten ist, wenn ich mir die Zahlen runterschreibe. So, die 3. In der 3 sollte was drin sein. Stimmt das? Ja. Ich habe ja immer aufgerundet oder abgerundet, sodass eigentlich der Betrag richtig sein sollte. Also wir haben einmal die 5 drin. Dann haben wir anscheinend die 4 befüllt. Auch mit einem 5-Euro-Schein. Ich schaue mal, ob ihr es sehen könnt. Ja, ihr könnt das sehen. Auch nochmal 5. Dann 5 haben wir auch anscheinend befüllt. Auch mit einem 5er. Die 6 haben wir dann nicht. Dann haben wir die 10. Habe ich 10 Euro drin. Wenn das stimmt, dann machen wir doch mal 15 und 10 sind 25. So, dann habe ich angeblich auch die 12. Stimmt das? Genau, da habe ich jetzt nur einen 10er drin. Das heißt, irgendwo habe ich mehr drin. Oder wahrscheinlich war das das hier, dass ich hier mehr drin habe. 35. Habe ich die 13 gefüllt? Nein, 14. Nein, 15. Genau, das sind genau 15. Da haben wir schon mal 50. Dann habe ich die 16 anscheinend befüllt. Mit, ja, muss ich gerade nachschauen. 15 und 65. Die 17 ich. Dann geht es weiter mit der 19. Da habe ich tatsächlich 10. Und dann habe ich hier ein bisschen klein getrennt. Das schauen wir uns mal an. Das war, glaube ich, ganz am Anfang. 2, 4, 6, 7. Da habe ich schon nur 17 Euro drin. Wer meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich meistens immer auf- und abrunde, aber schaue, dass es dann am Ende stimmt. Ihr habt ja gesehen, jetzt bei den anderen Challenges war ja eigentlich immer mehr drin. Beachtet bitte nicht die Kleingeld-Challenge, weil da habe ich nur was rausgenommen. Also haben wir hier die 17. Dann müssten hier 20 drin sein. Das stimmt auch. Dann machen wir doch da raus. Upsala. 37. 21 ist nicht befüllt. Die nächste, die befüllt ist, ist 30. Ja, sind 30. 31 nicht, aber die 33. Ja, da sehe ich schon, da sind 3 Euro drin. Machen wir nochmal die 33. Wie geht es weiter? Es geht weiter mit der 47. Da sind 50 Euro drin. Dann in der 48 ist nichts drin. Stimmt das? Ja, in der 49 sind wieder 50. Machen wir hier daraus schon mal 100. Dann in der 50. Das müssen wir jetzt schauen. Sind das auch wirklich 50? Ja. Das sind 5 Zehner. Dann geht es weiter mit der 51. Da ist 50 drin. Ah, das habe ich vergessen gerade zu notieren. Also insgesamt 100. Von der 50 und von der 51. Die 52. Da sind zwei 1-Euro-Stücke drin. Das heißt, hier stimmt das. Die 53. Ne, da ist nur 50 drin. Dann, was ist das hier? Da hatte ich es falsch beklebt. In der 54. Sind 55 drin. Was war das? In der 54. Genau. In der 55. Ist wieder ein Euro mehr drin, glaube ich. Oder ne, da ist es genau. Die 55, da machen wir doch so 110 da raus. Hier machen wir 102 draus. 200. Damit ich nicht so viel hier habe. Das sind hier doch, wenn ich es richtig sehe, auch 100. Und dann haben wir noch die 65. So, bis hier. Die 56. Was ist denn hier so schönes drin? 55 sind drin. Die 57 ist nicht gefüllt. 55 nicht. Dann geht es weiter mit der 60. Ja, den Zehner seht ihr, glaube ich. So 60. Dann in der 61. Es ist ein Euro drin. Das heißt, das sind 61. Dann haben wir 62 nichts. Aber bei der 65. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ist hier sonst noch was drin? Nein. Das heißt, 65 haben wir. Dann geht es weiter. Seht ihr mal? Hier ist in der 69 was drin. Hat aber vergessen anscheinend die 69 auszunehmen. Das passiert manchmal auch. Also habe ich anscheinend sogar mehr. 69 sind 70 drin. So, dann hoffen wir mal, dass in der 70 auch 60 drin sind. Ja. So, was war das nächste? 74. Das wäre eigentlich logischer, natürlich, wenn ich alle Umschläge durchschauen würde. Aber dann würde das Video unendlich lang werden und meistens merkt man, ob was drin ist, weil die Umschläge dann nicht so schmal sind, so zusammengepresst. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, das nächste ist die 80. 1, 2, 3, 4. 4, 20er. Das stimmt. Dann, nach der 80 müsste die 88 kommen. Die sind hier tatsächlich alle leer aus. Schau mal, der hier. Dann gehen wir zu 88. Haben wir da was drin? Nein. 88, 50, 60, 70, 80. 90 Euro drin. Lass mal hier hin. In der 89. Wahrscheinlich das gleiche. 50, 60, 70. 80 Euro. Verfehlt eine 10er, da habe ich wahrscheinlich eine 10er irgendwo mehr reingetan. Gehe ich mal von aus. Ja, da sind nur 80 drin. Das werden wir gleich alles überprüfen und schauen, ob das so wirklich stimmt. In der 90 seht ihr, da ist die 100 dann drin. So, dann machen wir die 100 hier am besten. In der 91. Sind nur 90 drin. Machen wir doch zum Beispiel hier schon mal. 180. Rechnet ihr das auch so blöd aus wie ich? Würde mich echt interessieren, wie ihr das macht. Haben wir hier schon mal die 160. Dann können wir gleich weiterrechnen. So, in der 92. Kein Kleingeld. 50, 60, 70, 80, 90 drin. So, die 90 muss ich eintragen. 93. Ist da Kleingeld drin? Ja, da sind 3 Euro drin. 50. Da haben wir 90. Und die 3 Euro, also 93 stimmt sogar. Dann machen wir doch da raus. Auch schon direkt. Hier daraus auch schon mal. So, in die 94 habe ich reingemacht. 95, also wieder ein Euro mehr, den ich irgendwo weniger reingetan habe. Wahrscheinlich in die anderen 90. Also 95. Machen wir daraus direkt 150. So, in die 95. Was haben wir da reingetan? War das richtig mit den 95? Es kam immer drauf an, was ich für einen Schein hatte. So, daraus machen wir auch direkt 160 schon mal. Bleibt hier nur noch die 74. Schauen wir gleich mal. In die 96 habe ich reingetan. 50, habe ich nur 90 Euro reingetan. Ist da irgendwie Kleingeld drin? Nein, 90. Nee. Wann ist 90? Nee. Das ist dann 100, oder? Nee, 90. Berück dich. Das sind keine 10 Euro mehr drin. 90. Dann machen wir die doch zusammen. So, in die 97 habe ich reingetan. Genau, 100. In die 98, 100. In die 99 wahrscheinlich auch 100. Und in den 100er, kommst du hier raus? Oder willst du dich verstecken? Komm schon, ich tue dir nichts. Muss dich auch nicht schämen. 100. So, 100. Ich hatte vorhin ausgerechnet, das hier plus die 69, die ich vergessen habe. Das heißt, es ist eigentlich ein neuer Betrag. Plus 69. Es müssten 3, 2, 3, 5 sein. Und jetzt rechnen wir mal aus. Wir haben hier 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ich weiß, ich rechne total komisch. Ich rechne das irgendwie immer so. Keine Ahnung warum. Kommt, damit ich euch nicht komplett verwehre. Hab ich hier alles durchgestrichen. Ja, dann fangen wir doch an. 600 plus 65 plus 200 plus 102 plus 110. Und ich habe immer Angst, dass ich mich verrechne. Und deswegen notiere ich das schon mal. 1077 plus 180 plus 140 plus 160. Das notiere ich mir auch schon mal. Ich berechne mich nämlich immer zu oft. Und dann wäre alles dahin, weil ich alles durchgestrichen habe. So, plus 183 plus 121. Plus 150 plus 150. 2001 plus 150. Also ich sehe jetzt schon, dass es keine 3000 sind. Habe ich mich wahrscheinlich beim Berechen vorhin vertippt. 1, 4, 6. So, also laut meinen Berechnungen, die anscheinend nicht so cool sind, haben wir nur 2485. Das heißt, ich werde das hier jetzt noch mal nachrechnen. So, meine Lieben. Boah, das war so ein langer Kampf, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe, wie ihr seht, die neue Zahlen. Und ich habe hier noch mal alles gerechnet. Ich habe es gerechnet gehabt. Beim ersten Mal habe ich mich hier auch irgendwie komplett vertan. Beim zweiten Mal auch. Und beim vierten Mal war es dann richtig. Dann habe ich nochmal dreimal nachgerechnet. Also 2335 Euro sind das. Und ich habe das jetzt nachgerechnet. Auf einer neuen Art und Weise habe ich mich nicht so vertue. Und es sind tatsächlich 2335. Yay, es stimmt schon mal. Aber das, was ich euch vorgerechnet habe, hat nicht gestimmt. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich, wenn ihr, glaube ich, hier zu viele Zahlen aufschreibt, wenn ihr mal durchstreichen und zusammenzählt, dass ihr euch vertut. Warum ich hier falsch geschrieben habe, weiß ich nicht. Es kann tatsächlich sein, dass ich zum Beispiel bei der 100.000 eingegeben habe. Das werde ich natürlich beim Videoschneiden merken. Aber im Endeffekt stimmt das. 2335 habe ich drinne. Also da merkt ihr mal, wenn man das nicht so in Ruhe macht, wenn ich das Video drehe. Das ist für mich so, als würde mir halt jemand drüber schauen oder beziehungsweise sehr viele drüber schauen. Und dann ist man auch so ein bisschen noch aufgeregt, weil man auch schnell machen will. Aber nicht schlimm. Also wir haben hier 2335 drinne. Und mit dieser hier zusammen, das waren ja, dann hatten wir hier nochmal, so viel waren drinne. Ich wollte nämlich die hier beiden berechnen und schauen, wie viel ich drin habe, um zu überlegen, ob ich das investieren möchte, weil zurzeit der Markt es wirklich sehr gut hergibt. Also man kann sich darüber streiten, aber es wären immerhin 3.080 Euro. Ich weiß, ich bin knapp bei Kasse zurzeit, aber ich versuche mittlerweile nicht mehr wirklich auf das Hier und Jetzt zu schauen, sondern tatsächlich wirklich auf später. Und in 2, 3, 4, 5 Jahren hat es sich das hoffentlich, wenn alles gut läuft, mindestens verdoppelt oder verdreifacht sogar mehr, je nachdem, in was ich investiere, was da passiert. Ihr könnt mir gerne hinschreiben, wie ist denn eure Meinung über das Investieren? Investiert ihr? Wenn ja, investiert ihr in Aktien oder eher in Kryptos? Ich würde mich wirklich super freuen, wenn ihr mir da so ein bisschen erzählt, wie euer, also ihr müsst nicht vom ganzen Portfolio erzählen, aber auch von eurer Erfahrung. Ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich ja hier entweder zusammengefasst, hier hatte ich ein bisschen weniger Geld, das wusste ich aber, aber dafür hatte ich überall mehr Geld drinne, sogar 10 Euro mehr in der 5 Euro Challenge. Nur die Domino Challenge war genau richtig. Also ihr seht, meistens mache ich mehr Geld rein. Das nächste Mal, wenn ich diese 100 Involved Challenge ausrechne, glaube ich, muss ich komplett alles rausnehmen. Ich glaube, das ist so das Einfachste. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.